Hört auf zu essen, Samin, hier sind Blumen drauf. Das ist auch richtig so, die sind essbar. Blumen sind nicht essbar. Doch, manche Blumen schon. Wir essen ständig Blumen. Ich esse Brokkoli. Brokkoli ist eine Blume? Ah, die schocken? Ja, und auch Blumenkohl. Blumenkohl ist eine Blume. Du hast recht, Motschi. Bissi hat gesagt, Blumenkohl war seine Lieblingsspeise, als er ein Bienchen war. Ihr könnt bei diesem Gericht die Süßkartoffeln durch Blumenkohl ersetzen. Tut mir leid, Samin, wir müssen los und anfangen zu kochen. Na dann los, ihr zwei. Hopp, hopp, Motschi, wir müssen los, schnell. Motschi, bist du bereit zu kochen? Alles klar, Zeit für die Waffelschleuder.